Milch ist ein sehr sensibles, lebendiges Lebensmittel, mag es nicht gern warm und möchte deshalb wieder sehr schnell an einen kühlen Ort, deswegen schnell damit nach Hause und ab damit in den Kühlschrank. Da gehört sie in das äußere Fach des Kühlschranks und übrigens auch Haarmilch gehört, nachdem man sie geöffnet hat, in den Kühlschrank. Am Mindesthaltbarkeitsdatum kann man erkennen, wie lange die Milch ihre spezifischen Eigenschaften erhält, Geruch, Geschmack, dass es einfach milchspezifisch bleibt. Das heißt aber nicht, dass die Milch dann nach Ablauf dieses Datums schlecht ist automatisch. Man sollte nachher gut seine Sinne einsetzen, einfach daran riechen, eventuell kosten und wenn man nichts Untypisches erkennen kann, ist die Milch garantiert genusstauglich, auch noch über dieses Datum hinaus. Garantina Garantina Untertitelung. BR 2018